Am nächsten Tag zogen sie weiter. Bis zum Waldrand begleiteten die Leute aus dem Dorf Barlos lustige Mannschaft. Ihre Gesichter sahen jetzt schon anders aus als am Tag zuvor bei der Ankunft der wahrenen Gesellen. Ihre Augen waren nicht mehr stumpf, sondern voller Anteilnahme und Hoffnung. Manche lachten noch über die Späße, die ihre Gäste getrieben hatten, und in vielen Stuben waren bis spät in die Nacht Geschichten erzählt und Lieder gesungen worden, von denen man noch immer sprach. Am Waldrand trennten sich die Wege. Die Gastgeber kehrten zurück zu ihren Hütten. Lauro der Steinsucher und Krautfass schlugen mit ihrer Gruppe den Pfad ein, der hier nach links in den Wald abzweigt und über die Höhen hinauf ins Gebirge führt. Und Barlo ritt mit Lauscher den übrigen voran auf der alten Straße, über die man am Flussufer entlang direkt nach Barleburg kommt. Von der Straße war allerdings nicht viel mehr zu sehen, als zwei ausgefahrene Räderspuren, zwischen denen längst Brombergestrup wucherte. Mitten auf dem Weg waren schon armstarke Birkenstämme aufgeschossen, und von oben hingen die Zweige von Buchen, Eichen und Erlen herab, das kaum ein Durchkommen war. Lauscher hatte es im Sattel seines Esels leichter als Barlo auf seinem hohen Ross, aber bald mußten beide absteigen, weil sie sonst von ihren Tieren abgestreift worden wären. So kam der Zug nur langsam voran, immer begleitet vom Rauschen des Flusses, der ihnen rechts des Weges durch die enge Waldschlucht entgegenströmte. Gegen Abend erreichten sie einen kleinen Talkessel, der am oberen Ende durch eine haushohe Felsbarriere abgeschlossen wird. Der Fluss hatte sich einen Weg durch das Gestein gebahnt und brauste in tosenden Kaskaden aus dem schmalen Einschnitt hervor, um dann wieder ruhiger durch den Wiesengrund zu fließen, bis er talabwärts im Wald untertaucht. Hier war genug Platz zum Lagern. »Bleibt dicht beieinander und haltet euch fern vom Waldrand«, sagte Rauli. »Man kann nie wissen, was hier nachts unter den Bäumen umherschleicht.« Als die Sonne untergegangen war, kam einer der Spielleute über die Wiese zu Barlow und zeigte ihm ein Kleiderbündel, an dem eine Hexenmaske hing. »Das habe ich dort drüben im Gebüsch gefunden«, sagte er. »Ich könnte schwören, dass der Kerl, der da drin steckte, den ganzen Tag lang mit uns durch den Wald marschiert ist. Aber jetzt ist er verschwunden.« Lauscher hoog die Maske hoch und betrachtete sie. Diese spitzen Hauer zwischen den verzerrten Lippen hatte er schon einmal gesehen. Und damals hatten hinter den Blicklöchern gelbe Augen gefunkelt. »Ich kenne die Maske«, sagte er, »und ich fürchte, dass ich auch weiß, wer sie getragen hat. Es könnte sein, dass er jetzt auf vier Beinen durch den Wald läuft und das Rudel zusammenruft. Wir sollten uns heute Nacht vorsehen.« Jetzt brauchte man keinen mehr zu ermahnen, sich nicht vom Lager zu entfernen. In der Mitte der Wiese wurde ein Feuer entfacht, um das sie sich im Kreis schlafen legten. Und wer eine Waffe besaß, sorgte dafür, dass sie griffbereit zur Hand war. Rauli, der immer gern Pläne entwarf und für Ordnung sorgte, hatte sich auch darum gekümmert, dass Wachen eingeteilt wurden. Die Stunde nach Mitternacht hatte Lauscher übernommen. Als er geweckt wurde, war der Himmel von einem dünnen Wolkenschleier überzogen, auf dem sich ein Fahler von einem weiten, schimmernden Hof umgebender Mond abzeichnete. Lauscher kroch aus seiner Decke und ging langsam hinüber zu der Stelle, an der Jalf bei den Pferden lag. Über dem dunklen Gras schwammen im Mondlicht die blassen Dolden des Wiesenschaumkrauts. Das Rauschen des Flusses stand wie eine Mauer in der kühlen, feuchten Luft und übertönte jeden anderen laut. Wenn hier einer spüren konnte, dass sich eine Gefahr näherte, dann war es der Esel mit seiner empfindlichen Nase, der Wölfe schon immer als erster gewittert hatte. Lauscher setzte sich zu ihm, lehnte sich an seinen weichen Bauch und kraulte ihn in seinem kurzhaarigen Fell. Als er eine Zeit lang so gesessen und auf die schwarze Wand der Bäume gestarrt hatte, spürte er, wie Jalf unter seiner Hand unruhig wurde. Ein Zittern lief über sein Fell, er schnaubte leise und dann hob er den Kopf und eugte hinüber zum Wald. Lauscher konnte nichts erkennen, aber er wußte aus Erfahrung, dass es jetzt an der Zeit war, die anderen zu wecken. Er war kaum aufgestanden, als Jalf ihm schon diese Arbeit abnahm. Er sprang auf die Beine und stieß einen rauen, durchdringenden Eselsschrei aus, der sogar das Rauschen der Wasserfälle übertönte. »Die Wölfe kommen!« schrie Lauscher, und gleich darauf waren alle schon auf den Beinen. Auch die Pferde standen jetzt auf und drängten sich stampfend aneinander. Und dann stürzte das Rudel mit Geheul aus dem Wald. Schwarze Rücken glitten durch das Gras, gelbe Augen flogen wie Irrlichter über den Boden. Diesmal hatte Barlow sein Tritonshorn gleich zur Hand, denn Lauscher hörte, wie der tiefe, nachhallende Ton sich über dem Rauschen des Flusses erhob und die Luft erbeben ließ. Die Wölfe standen wie erstarrt. Und ehe sie wieder angreifen konnten, schien das Brausen und Klatschen in der Flussenge mit einem Mal anzuschwellen und ging dann über in ein sich überschlagendes Gelächter, wie von tausend silbrig hellen Mädchenstimmen. Dieses Lachen sprühte empor zum Himmel und fiel wieder herab, wie der Feuerregen von Sternschnuppen. Es füllte das Tal aus, von einem Ende bis zum anderen, als gäbe es nichts mehr auf der Welt als dieses Lachen. Und über der Flussenge blitzte es auf, wie von nackten Leibern, die über die Kaskaden sprangen, hinauf und hinabgetragen wurden, untrennbar verbunden mit dem schäumenden Wasser, das aus dem Felsspalt hervorschoss. Dieses Lachen war es, was die Wölfe vertrieb. Angstvoll zogen sie die Schwänze ein und drückten sich ins tiefe Gras, bis einer nach dem anderen aufsprang und zurück in den Wald huschte. Das Lachen mußte es gewesen sein, das ihnen Mut und Angriffslust genommen hatte. Lauscher war da ganz sicher, denn diesmal war kein Wasser aus dem Boden gesprudelt, diesmal hatte es keine Überschwemmung gegeben. Das Gelächter allein hatte genügt. Noch immer brach es sich in vielfachem Echo an den Hängen und stieg hinauf bis zum Kamm der waldigen Bergzüge. Und dieses Lachen war so unwiderstehlich, daß alle, die eben noch erschrocken und abwehrbereit um das verglimmende Feuer gestanden hatten, in dieses Gelächter einstimmten, so daß sich jetzt helle und dunkle Stimmen mischten. Eine unbändige Heiterkeit erfasste alle. Die Spielleute holten ihre Instrumente hervor und fingen an, einen wilden Tanz zu spielen, allen voran Barlow, dessen Flöte hell das Brummen der Dudelsäcke und das Schwirren der Fiedelseiten übertönte. Das fahrende Volk sammelte sich um den Tobel, in den sich der Fluß aus der Kluft heraus im Schwall ergoß, und wer kein Instrument hatte, tanzte in verwegenen Sprüngen über den Uferkreis mit den Wassermädchen um die Wette, die sich schimmernden Fischen gleich aus den Strudeln schnellten und noch immer lachend die Männer fockten, die nach ihnen zu greifen versuchten, bis der Grüne oben über dem herabstürzenden Wasser auftauchte und sein Schneckenhorn an den Mund setzte. Tief und bebend schwoll der Ton an, bis nichts mehr zu hören war als dieses orgelnden Dröhnen, in dem der tobende Reigen sein Ende fand. Als der Ton verklungen war, lag der Wassersturz wieder verlassen im Mondlicht. »Danke für die Hilfe, Grüner«, rief Lauscher, und von oben klang, wie auf den Seiten einer Bassgeige gespielt, die Stimme des Wassermannes. »Dank für den Tanz, und vergesst nicht zu lachen!« Dann stand nur noch das stetige Rauschen des Flusses in der Nacht. Die Männer kehrten zurück zu ihrem Feuer und legten trockenes Holz in die Glut, bis sie von Neuem aufloderte. Dann hob Barlow die Hexenmaske mit dem zärtigen Gewand vom Boden und warf sie in die Flammen. Noch einmal glühte es gelb und rot aus den leeren Augenhöhlen, und die grinsende Fratze verzog sich, als sei dieses scheußliche Gesicht lebendig geworden, bis es schließlich knallend unter einem Funkenregen auseinanderbarst und von den Flammen aufgefressen wurde. Inzwischen hatten sich alle wieder um das Feuer gelagert und sprachen halblaut über das, was sie gerade erlebt hatten. »Es ist wirklich wie in deinem Märchen, Goro«, sagte Rauli. »Auch die Wölfe können es nicht ertragen, wenn man lacht. Das sollten wir uns merken.« »Wie war es dann möglich, dass sie solche Macht gewonnen haben?« fragte Lauscher. »Wundert dich das«, antwortete Rauli. »Meinst du, es sei jemandem eingefallen, zu lachen, als Gisas Knechte über Frede war und seine Gäste herfielen?« »Gisa hat schon dafür gesorgt, dass kein Anlass zum Lachen geboten wird. Und heute gibt es keinen Menschen im Tal, der nicht in Angst und Schrecken lebt. Wo alle Freude erstorben ist, wächst die Macht der Wölfe.« »Wir sollten alle beieinander bleiben«, sagte einer der Spielleute, »sonst sind wir im Tal von Barloburg unseres Lebens nicht mehr sicher.« Als er das hörte, schüttelte Barlo den Kopf und griff zu seiner Flöte. »Hast du noch nicht verstanden, worum es hier geht?« sagte er in seiner Tonsprache. »Wir sind nicht ausgezogen, nur um diese böse Frau davon zu jagen. Wichtiger erscheint mir, jedem im Tal die Freude zurückzubringen, ohne die der Mensch nicht leben kann. Es hört sich zwar vernünftig an, wenn du vorschlägst, dass wir uns nicht trennen sollten, aber bei dem, was wir vorhaben, ist das Unvernünftigste das einzig Richtige. Sobald wir den Wald hinter uns gebracht haben, werden wir in Gruppen von zwei oder drei Männern auseinandergehen. Es darf im ganzen Tal keinen Einzelhof und kein Bauernhaus in den Dörfern geben, in denen nicht einer von uns seine Späße treibt. Wir sollten zumindest herauszubekommen versuchen, wie sich Gieser verhält, wenn jedermann ihren zottigen Knechten ins Gesicht lacht. Erst wenn die Dinge so weit gediehen sind, werden wir alle uns beim Schloss wieder treffen. Am nächsten Tag erreichten sie gegen Mittag die Stelle, an der ihr Weg aus dem Wald heraus in den weiten Talgrund führte. Zu beiden Seiten des Flusses wichen die Bäume zurück bis zur halben Höhe der Hänge und umsäumten das Tal bis hinauf zum Gebirge, das sich im Hintergrund auftürmte. Dazwischen breiteten sich Wiesen und Äcker aus, die roten Dächer von einzelnen Höfen und kleiner Dörfer leuchteten aus den weißen Blütenwolken der Apfelgärten, und weit hinten über dem Fluß, der sich in sanften Windungen durch das Tal schlängelte, stachen zierlich wie Kinderspielzeug die Türme des Schlosses von Barlebog in die blau-grüne Wand der Wälder. Lauscher betrachtete dieses friedliche Bild, das nichts verriet von dem bösen Zauber, der diese Landschaft wie ein unsichtbares Spinnennetz überzog. »An die Arbeit, Freunde!« rief Rauli und spielte wieder einmal den großen Pläne-Schmied. Jeder Gruppe wies er das Gehöft an, in dem sie ihre Künste zeigen sollte, und er sorgte dafür, daß ein Geschichtenerzähler immer auch einen Spielmann oder Spaßmacher zur Seite hatte, der die Leute aufheitern konnte, wenn die Geschichte zu lang werden sollte. Barlow legte Lauscher die Hand auf die Schulter und wies auf einen Einzelhof, der am linken Talhang etwa in halber Entfernung zum Schloss lag. Dann trieb er sein Pferd an und ritt los. Jetzt, wo sie im Tal von Barlebog angekommen waren, schien es Barlow nicht mehr eilig zu haben. Er ließ sein Pferd im Schritt über den grasigen Weg trotten, holte seine Flöte aus der Tasche und fing wieder an zu spielen. Eine freischweifende, fröhliche Melodie, in der sich die Konturen dieser friedlichen Landschaft abzeichneten, und als Kehrreim tauchte immer wieder die Schlusszeile seines Narrenliedes auf. Denn Barlow reitet jetzt durch das Land. Von überall her, wo die Spielleute im Tal auf dem Wege waren, hörte man bald Dudelsäcke und Fiedeln, Schalmein und Flöten antworten. Von Hang zu Hang hallte es wieder. Ein Strom von Musik ergoss sich in das weite, grüne Becken, um es bis zum Rand zu füllen, und von der Waldschlucht bis hinauf zum Gebirge konnte man hören, dass Barlow geritten kam. Lauscher ritt auf seinem Esel neben seinem Herrn und dachte an die Zeit, in der er hier an der Seite Gisas über die Felder galoppiert war. Damals hatten die Bauern stumm ihre Arbeit getan, und er konnte sich nicht entsinnen, dass einer von ihnen je gesungen hätte, oder dass abends in den Dörfern gar getanzt worden wäre. Verbissen waren die Pflüger ihren Zugtieren nachgestampft und hatten kaum gewagt, eine Rast einzulegen, wenn die Herren in der Nähe vorüberritt. Nicht so wie der Bauer, der weiter vorn an ihrem Weg eben seinen Flug hatte wenden wollen, als von allen Seiten her diese Musik hereinbrach. Jetzt stand er, den Arm um den Hals seines Pferdes gelegt, am Feldrein und blickte den beiden Reitern entgegen. Barlow hielt sein Pferd bei ihm an und nickte ihm zu. Auch Lauscher wollte freundlich sein und sagte, »Ein schöner Tag ist das heute.« »Ja«, brummte der Bauer abweisend, »ein schöner Tag.« Dann wendete er sich wieder dem Flöter zu und sagte, »Du bist der junge Barlow. Ich kenne dich aus der Zeit, als dein Vater noch lebte. Aber war es nicht der hier auf dem Esel, der dir...« Und er machte die Gebärde des Zungeabschneidens. Da legte Barlow seine Hand auf Lauschers Schulter und vollführte mit der anderen eine wegwerfende Geste, die so viel hieß wie »Lass doch diese alten Geschichten.« »Ich dachte nur«, sagte der Bauer. »Später ist er ja darauf gekommen, woran er mit Gieser war. Reitet er schon lange mit dir?« Barlow nickte. »Was habt ihr vor?«, fragte der Bauer. »Euch wieder das Lachen bald zu bringen«, sagte Lauscher. »Meint ihr, mit dem bisschen Musik könnt ihr Gieser samt ihren Knechten vertreiben?«, fragte der Bauer. »Wenn ihr euch da nur nicht täuscht.« »Versuchen kann man's ja«, sagte Lauscher. Und im gleichen Augenblick schien der Bauer etwas hinter ihm zu erblicken, erschrak und versuchte sofort, sein Zugpferd wieder auf den Acker zu treiben. Lauscher blickte sich um, und auch Barlow schaute auf den Weg zurück, den sie gekommen waren. Da sahen sie einen der zottigen Knechte auf einem Pferd herangaloppieren. Barlow packte den Bauern am Arm und lächelte ihm beruhigend zu. Da war der Gelbäugige auch schon heran und zügelte sein Pferd. »Warum arbeitest du nicht?«, schrie er den Bauern an. »Weil er sich gerade mit uns unterhält«, sagte Lauscher freundlich. Der zottige Knecht blickte ihn verwirrt an, denn eine solche Antwort war er offenbar nicht gelöhnt. »Nein, was er die Augenblick sch rings?«, schrie er den Bauern an.